Set me your fire, oh, set me your fire, oh, set me your la-la-la-la-la, so my soul can't go higher, higher, set me your fire. So, liebe Leute, ganz kurz bevor das Video beginnt, ganz große Entschuldigung dafür, dass wir uns so lange nicht gemeldet haben. Sabibo war gut krank, lag auch die ganze Zeit im Bett, musste jetzt erstmal wieder zu Kräften kommen. Ich war währenddessen logischerweise mit Mila und hatte dann auch nicht wirklich die Zeit, mich um den Schnitt zu kümmern. Aber wir können auch immer sagen, dass Sabibo schon wesentlich besser geht. Sie läuft hier schon wieder rum, sie isst auch schon wieder wesentlich mehr und trinkt mehr. Das heißt, sie kommt wieder zu Kräften. Sehr, sehr wichtig. Vor letzter Woche schon gab es etliche Meetings mit Lombo Plastic Free, wo wir über die Flutkatastrophe auch gesprochen haben, sehr viele Sachen aufgelistet haben, was brauchen wir, was kostet was und wie viel können wir in bestimmten Projekten zusteuern. Und natürlich, wie versprochen, wollen wir das alles transparent mit euch teilen, damit ihr wisst, wo euer Spendengeld hingegangen ist. Hier haben wir ein bisschen was dokumentiert, das zeigen wir euch jetzt gleich in dem Video. Wir wollen mich nochmal ganz kurz melden und Bescheid geben. Alles ist okay, es geht jetzt weiter. Ich verspreche euch, in der Zwischenzeit ist wieder jede Menge passiert, jede Menge Sachen sind hier angekommen. Ich hoffe, Sabi, wo geht's jetzt bald wieder? Subidubi und dann können wir wieder saftig loslegen. Viel Spaß! Wunderschöne Freunde, sondern herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie versprochen, gibt es jetzt ein Flutkatastrophen-Update hier aus Puta. Und ich muss sagen, ich bin sehr bestürzt, dass es tatsächlich immer noch so aussieht. Ich bin gerade in einer sehr betroffenen Region, wie ihr im Hintergrund seht. Hier ist alles überflutet. Aber auf der anderen Seite bin ich auch sehr happy zu sehen, dass Lombo Plastic Free und mit den Spendengeldern, die wir alle gemeinsam zusammengesammelt haben, so schnell und so viel schon erreicht haben. Wir haben nicht nur zigtausende Liter Trinkwasser und Essen ausgegeben, es finden sehr viele Clean-Ups statt. Wir haben bereits zwei große Pumpen, Wasserpumpen gekauft, die wir jetzt an verschiedenen Orten einsetzen, um halt genau solche Situationen hier zu bereinigen. Guckt euch das an. Gleichzeitig sind wir dabei, die umliegenden Dörfer, speziell die, die akut betroffen sind, medizinisch zu versorgen. Wir haben einige Leute schon gefunden, die tatsächlich Infektionen vorweisen, Hautinfektionen, so Rashes oder halt auch Pilzinfektionen. Dadurch, dass sie halt den ganzen Tag hier in so einem Schmutzloch rumlaufen. Die Leute haben wir abgeholt, haben ins Krankenhaus gebracht, gecheckt, was sie brauchen, haben sie alle versorgt. Dann haben wir zusätzlich, was ist das so, ein bestimmtes Pulver, wahrscheinlich wieder irgendeine chemische Mixtur, hier in solche Tümpel reingeschmissen, damit die Moskitos hier keine Eier legen. Zusätzlich, was ich euch jetzt auch gleich zeigen werde, weswegen wir heute auch unterwegs sind, haben wir das Fogging-Team unterwegs. Das ist halt diese riesen Fogging-Guns, wo wir hier dann quasi durch die Dörfer und durch die Häuser laufen und alles einmal einnebeln, damit hier alles an Moskitos, Moskito-Eier und diese ganzen gefährlichen Insekten einfach abgetötet werden, weil das für die Leute in solch einer Situation einfach wirklich lebensbedrohlich ist. Wir wollen auf gar keinen Fall, dass hier irgendjemand aufgrund dessen Dengue-Fieber zum Beispiel bekommt. Dengue-Fieber zum Beispiel 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 leichten Überschwemmungen. Also so in dieser Form hat es halt noch nie gegeben. Aber bei leichteren Überschwemmungen ist es wie in einem Flusslauf zwischen den Häusern durchgelaufen bis raus ins Meer und dann war das auch in Ordnung. Und zwar nach ein, zwei Tagen war alles in Ordnung. Jetzt bleibt hier alles stehen, so wie ihr seht, weil so viele Häuser gebaut wurden und aufgrund dessen, wie es eben schon erwähnt hat, diese Regularien nicht existieren, dass die Leute hier dazugehörige Drainagen und so weiter setzen müssen. Damit das Wasser abläuft, staut sich das jetzt alles hier und man kann den Leuten das auch nicht mal verübeln, weil wir haben jetzt ein Haus gebaut, wir haben uns natürlich auch keine Gedanken darüber gemacht. Wir haben natürlich jetzt auch eine Baufirma, die dahinter steht. Aber wenn hier Locals ein Haus bauen und das nicht wissen und das ist keine festgesetzte Regel, dann bauen die natürlich einfach ihr Haus und dann passieren solche Sachen. Das ist übrigens das Zeugs, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, falls ihr euch damit auskennt, das ist das Zeugs, das hier gegen die Viecher ins Wasser geschmissen wird. Ich will gar nicht wissen, was da drin ist. Wahrscheinlich übertrieben ist giftig. Also safe, als nächstes Gummi-Stiefel kaufen. Hier mit Clip-Flops oder mit Sandalets, die ist ruhig, ist halt wirklich mal dümmste, was geht. Komm mal, das ist das Kanalisationssystem hier. Quasi nur so ein ausgehobener Kanal an der Seite der Straße. Der ist halt vollgelaufen. Tiefer ist der nicht. Das ist halt jetzt 20 cm max. Nicht mal. Füße waschen, Füße waschen, das muss jedes Kind. Zu viel Zeit mit Mina verbracht wird. Und ich weiß auch gar nicht, ob das so clever ist, hier die Füße zu waschen. Ja, hab ich auch gedacht. Weil, nicht, dass wir hier gleich so einen Skeleton-Fuß rausziehen. Haut abgefallen. Wah, weggeätzt. So, sind wieder zu Hause. Und es wurde etwas installiert. Henry zeigt es uns. Sehr gespannt. Das ist cool. So nice. Es sieht ein bisschen wie ein Trampolin. Okay, Henry. Du testest es. Du jump in. Jump in. Please. Willst du es sagen? Ja. Ja, es sollte sein. Ich muss es testen, oder? Das ist es. Ja. Ja. Nice. Ja. Das ist wirklich cool. Wow, das sieht so gut aus. Es ist comfort, jetzt. Ja. Mega cool. Es ist super nice. Was denkst du, wie viele Leute können auf diesem Netz liegen? Ich denke, es wird 5. 5 Leute? Ja. Wie geil das einfach aussieht. Es sieht so gut aus mit dem Ön. Mit dem Ön. In meinem Weg? Es kann 5 in den Ön halten. Okay. Aber es sieht wie ein Infinity Net. Das sieht? Mit dem Ön. Wahnsinn. Oh, das ist wirklich... Klar. Es ist... Wenn du jetzt irgendwo da mittendrin liegst, ist es nicht so komfortabel. Aber wenn man jetzt noch so Kissen oder so eine Decke reinpackt... Ja. No, just add up a blanket and a couple of pillows. Oh, ja. Oh, ja. And a couple of beers. Ja. Pudi! Oh. A couple of coffee. And what is really nice, you can use this as a... Table. You can use it as a table. Yes. You use it already. Or as an armrest. Hier nimmt Marmilski. Sie will auch. Das ist am Haus probierst. Wow. Oh, das ist ja cool. Ach, das ist ein Kletterparadies. Sieht so cool aus. Es ist teuer. Es ist ein Climbing-Paradies, oder? Es sieht wirklich, wirklich toll aus. Alter, also von hier ist so cool. Ja. Das wird ein paar Fotos hier geben. Crazy. Ja, da haben wir noch ein bisschen Spareschnur. Hier, sagte Henry gerade, hier muss noch ein bisschen angepasst werden. Hier müssen wir noch höher ziehen. Aber sonst sieht das ja schon saftig aus. Wie cool. So, Schatz, und jetzt stell dir vor, die Pflanzen wachsen alle noch hoch. Dann haben wir die Pflanzen bis hier unten drunter direkt. Bis über so ein Pflanzenmäher. Und dann, wenn du in die Tiefe schaust, guckst du 70 Meter runter. Crazy. Also, ich habe mir das cool vorgestellt, aber ich habe das Gefühl, das ist richtig geil. Cooler als gedacht. Und schätzungsweise, jetzt ist es natürlich sehr weiß. Es wird die Farbe noch ändern, dadurch, dass natürlich auch ein bisschen der Regen noch durchkommt. Es wird sich aufsaugen. Ich habe keine Ahnung, wie dieses Material darauf reagieren wird. Ich schätze mal, dass das ein bisschen straffen wird. Was aber sehr gut ist. Sie will auf das Netz. Alles gut. Das ist gut. Aber guck mal, jetzt haben wir die Löcher so klein, dass sie nicht durchfallen kann. Also rein theoretisch könnte sie jetzt hier auch chillen. Vor allem das Ding ist, ganz am Anfang war ich ja doch sehr dafür, dass wir keinen Rand haben. Weil ich mir das cooler vorgestellt habe. Jetzt muss ich sagen, so gut, dass wir diesen Rand haben, weil du trotzdem noch hier längs laufen kannst. Ja. Ja, Schatz, wenn ich dann hier liege und chille und du einen schönen Kaffee für uns machst, dann brauchst du den Kaffee nicht mal hier übers Netz rüber geben. Kannst du auch entspannt hier längs laufen und mir den dann hier sagen. Ja, hilf ihr mal. Nimm sie mal entgegen. Sie möchtest mal mehr zu dir. Masebe, kommst du zu Papa? So, liebe Leute, was ein schöner Tag. Vieles geschafft. Viel helfen können. Viel gefoggt. Wir hoffen mal, dass das einen guten Effekt auf deren Häuser und deren Umgebung hat. Dass die ganzen Moskitos sterben und dort niemanden mehr pieksen. Und für uns hier natürlich persönlich auch nochmal eine wunderschöne Nachricht. Endlich mal dieses Netz zu haben. Wir freuen uns jetzt weiter. Wir genießen den Abend, liebe Leute. Wir sehen uns in einem weiteren Video morgen. Oh, morgen gibt's Cleaning. Clean up. Die Regierung schickt Leute. Wir fahren nicht zu viel. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, stay positive und tschüssi. Die Katten Schwereski. Alle, keine jungen. Freunde. Jeejoo. Jeejoo. Jeejoo.